Außer Jens und ich war gerade in Döner holen und mein Nachbar mit meinem Nachbarn zusammen und seinem Kumpel und er sagt mir so ja das ist übelst der beste Döner und so ganz beste Döner das hat man gehört und so und okay geh halt mit und gehen da rein und ich gucke mir die Preise an what 4.30 für den Döner dachte ich mir okay dann hat er meint ja das Fleisch ist ganz top das Fleisch ist ganz top und jetzt packe ich den gerade aus den Döner ja hier ist es genauso ausgepackt von der Seite sieht er vielleicht aus wie von vorne oder so sieht er aus wie ein Döner auch von der Seite was ist das denn der ist so breit wie eine beschissene Stulle also die Döner ich weiß ja nicht wie es bei euch ist ja aber die Döner die ich kriege die sind mindestens so ja das ist ja so als wenn ich das ist so als wenn ich eine Stulle schmiere und die Butter richtig rüberkratze damit es ja nicht zu viel ist was ist das denn wie soll man davon satt werden und dafür 4.30 bei meinem anderen Döner in Paco habe ich 3.50 bezahlt wenn überhaupt und ich hatte ja mittlerweile schon einen Bonusrabatt bekommen aber da hatte ich bloß noch 2.80 bezahlt und habe das Doppelte bekommen an der Menge ich bin gespannt wie das schmeckt ähm ja ich wünsche jedenfalls euch noch wunderschönen Tag warum stream ich zur Zeit zu selten das hat einen einfachen Grund ich weiß nicht was Leute es ist irgendwie kein Spiel momentan draußen was entweder Streams wert wäre zu streamen oder was mich anspricht also ich denke mal dass Europa Universalis euch jetzt nicht so fesseln wird weil es extrem langweilig ist zum zuschauen wie Wiggles was ich bis heute nicht verstehe und äh ja von daher tut mir das sehr leid aber ich weiß halt einfach nicht was ich so lange großartig zocken soll und ja in diesem Sinne ein kräftiges Ahu und hoffentlich sehen wir uns bald wieder am Spiel hier die eine Seite habt ihr ja gesehen ne ich hab die einfach mal rumgedreht es ist hier oben kommt er nicht mehr auseinander guck mal hier oben ist nix drin nix äh es ist ah unglaublich Leute ich glaube das ist überhaupt gefühlt ist ich gebe es weinen ich j Vielen Dank.